Du musst sie eben unter allen Umständen zurückbehalten. Du sagst einfach, du kommst nicht boxen, wenn sie zuschauen. Und warum soll ich denn nicht boxen? Ja, weil die da aus der Fassung blinkt. Ein Boxer muss sich ganz auf seine Körperkraft konzentrieren können. Die geringste Ablenkung lehnt sein Bizeps. Sein Wagen. Sein Bizeps. Und wenn du deine Familie im Theater weisst und sie zuschauen musst, wie du grün und blau geboxet wirst, dann wirst du abgelenkt. Verlierst du die Fassung. Dein Gegner, der gibt dir einen Öppercut auf die Basen. Einen Schwinger als König und ein doll abletzlos aus dem Magen. Wenn deine Familie also dein Seid will, dann muss sie zuhause mit. Ist das klar oder nicht? Hey, ich hab dich immer für eine riesen Oslo. Lass mich ausreden. Ich hab dich immer für eine riesen Kanäle. Aber ich hab nicht giert. Du bist ein Genie. Das mach ich. Ha, das mach ich. Wenn sie es nur glaubt. Du musst das alles eben so dramatisch schicken. Das sind ja auch die Hälfte. Das mach ich. Das mach ich. Aber was war jetzt mit den Wikleks? Ein Bizeps. Da sag ich ja Wikleks.